Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Wir sind jetzt zurück am Start, wieder mit dem Werten Kolja. Moin! Und wir stürzen uns wie immer ins Ranked rein. Let's go. Abfahrt! So, der First. So! Das schmeckt. Oh, nee, kommt bitte. Wir müssen den Layer rausnehmen. Ich hätte Block of Emerald, aber auch Villa wäre vollkommen in Ordnung. Eigentlich müssen wir Outback rausfahren. Nein, Jan. Wir hatten gerade Outback, du weißt es schon gerade. Ja, aber Layer ist ja wohl noch schlimmer, oder nicht? Okay, wenn es irgendeine größere Macht da draußen gibt, dann bitte, 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 bitte. Oh, nein. Um es wie in deiner Win-Compilation zu sagen, dieses Spiel ist so gemein. Es ist so gemein. Ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen jetzt. So, Jan, es ist ein Zeichen des Schicksals. Du musst jetzt den Sand aus deinem Mund rausspucken und jetzt dich auch mal fokussieren. Ich mache absolut den Strauß und stecke den Kopf in den Sand. Alter, das ist ja... Ich kann das nicht mehr, Alter. Junge, wir... Ich bin jetzt offiziell down. Offiziell nicht down. Jan, wir haben jetzt Spaß. Hast aber eine große Beule da oben auf der Stirn, Mensch. Würde ich mal mal zum Arzt gehen. Ach, warte mal. Ja, ich bin Arzt. Oh, ja, hier soll es auch. So, Schluss mit los. Ach so, erst mal kurz noch mal einen Panikschuss abgegeben. So, nämlich. Ich wollte mal einen cool Prefire durch die Barrikade. Ich glaube, wir sind so gut, dass wir beide hier sind. Das ist auf jeden Fall schwierig, dass wir keinen Roamer hier in der Ecke haben. Alter, Mascha, nicht lah, ey. Das ist nicht gut, was hier passiert. Äh, Maverick. Lol. Du bist es einfach. Äh, was war sein Plan? Wollte er die Hedge hoch? War Maru dabei? Nee. Weil er kann ja die Hedge nicht hoch, der Maverick. Dann hat bald mal da irgendwie Augen drauf. Nice. Alter, was hat der Maverick denn vorgehabt? Äh, Bulle. Glaube ich, Bull war das. Oder ihr Barboom-Rendor. Wahrscheinlich beides. Die haben keine Box. Egal, was die machen, die haben keine Box. Ich würde gerne den KI teilen, aber... Da sind wir drinnen, glaube ich. Thanks. Ich glaube, Barroom ist jemand. Oh ja, Barroom. Du musst mir helfen. Holy fuck, warum ist er schnappig? Ich weiß nicht. Dank von dir. Ansage. Ah, Bulle und Badezimmer. Beide da. Schade. Scheiße, warum droppe ich denn nicht und setze mich einfach auf die Box? Ich muss mich gerade selber überlegen. Ist er schon drinnen in der Dusche, oder was? Nöp. Äh, Window. Oh oh. Das war der Fähne. And. Stark. Wow, that other breach. Oh, shit. Nice. Nice, Bro. Na, wo war die Ivana? Da ums Window. Stark. Ich sehe die starke Runde. Gute Rückrunde. Habe ich gerade in Deutsch gecallt? Stark Runde, Jan? Das ist ein fucking Engländer. Nice, Rooms. Da ist er. Da. Stark. Okay, Nevermind. Ich bleib on Spot. Ich glaube, Roam ist zu spät. Ah, das gefällt mir jetzt hier nicht. Ja, die Fner ist kaputt. Fner über der Typer B ist auf, an, ne? Ja, weil wegen hinter uns ein bisschen. Ach, von hinten. Von behind. Hinter uns am Schild. Schade. Ja, okay, dann nicht. Ach, da hätten wir wirklich green gehen sollen. Ah, da unten ging irgendwo auch. Ja. Unten steht er direkt. Watch out from downstairs. Nice. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott, was ist passiert? Äh, IQ schon drinnen. Nein. From downstairs. Ja, stairs hat so gut gemacht. Look what you done. Sehr schwer. Das war nicht die Säole. Und die Säole ist. Ich habe alles, was ich will. Säole ist. Säole ist. Säole ist. Da kommt es noch jemand. Stark, nur noch einer. Alter, da hast du aber auch die Coochips rausgeholt, Alter. Alter, Alter. So, ich hab jetzt braver umgeswitcht. Hier unten auf jeden Fall aufpassen. Man muss doch mal dazu stehen, wenn man suckt. Sehr stark. Team ist einfach da. Sehr stark. So, was man mit Brava großartig machen kann. Elamine ist ja da. Mal gucken. So, das ist meine Elamine jetzt. Mira Fenster. Ja, interessant. Noch ein Ping auf jeden Fall einer Laundry drin. Hat die Ella gesessen? Können wir mal aus. Na, ob ich da rein will, ist das hier anders. Warte mal, Rook und Legion hatte ich aber grad gesehen. Da muss man auch mal treffen, ne? Ja, das denk ich mir auch gerade. Oh nein, die Legion hier Badezimmer hat der Heils ihr Leben. Der hat die Shotgun gefressen. Oh no. Oh no. Okay, der ist last. Einer Barthroom und der Rook war hinten eigentlich Laundry gerade drin da noch. Beide low. Sind sie jetzt denn beschissen in der Situation? Ja, so für mich. Oh. Das ist auch beschissen. Na, hätte lecker sein können. Der Legion kommt gleich hier raus. Ich geh mal den langen Weg. Nein, du brauchst eh Diffuser 20 noch. Schade. Oh wow, war das schnitt. Ja, bei mir ist auch bisher noch ein bisschen schwierig, ne? 0-4. Also, ich bitte dich. Äh, Dorm sieht hier aus. Laundry sieht gut aus. Connector sieht gut aus. Piano room sieht hier aus. Ich komm zu dir. Der ist bei mir decaf. Sehr stark, sehr, sehr stark. God bless. Ich habe sie gehört. Das war sehr strong von dir. Respekt. Oh Gott, ich halte sie. Das war's. Mach'n Tempo. Mach'n Tempo. Ja. Bulle wurde gerade ge... Irgend? Ich bin dumm. Okay, meist verschießt auf mich. Ansage? Ja, Party. Party. Auf der Bombe. Dead. Ansage? Äh, das wissen wir wahrscheinlich nicht. Bei Nomad. Nomad weiß genau, wo er ist. Ah. Der hinten in den kleinen Raum. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt. He's down. Really nice. Sehr stark. Woll euch mal hier eure Westen bitte ab. Ja, für mein T-Shirt. Wird schon angezogen. Zwei zum Preis für einen. Bitte einmal mitnehmen. Danke. Danke. Einmal das Outlet. Ganz original. Die alle echten. Sehr stark. Ja da. Die würde sich auch fragen, was mache ich hier unten? Ja, halt wieder in den Dorms, ne? Die würde ihr Leben so hassen. Meine erste Reaktion wäre, was macht der Vigil hier? Loh, hier ist ein C4. Oh, das liegt ja bestimmt nicht ohne Grund. Ah, der Bandit. Ja, ich seh schon. Okay. Ruhig, ruhig. Ah. Gerade. Ash, Ash. 20 HP. Ach, dog. Und Pinguine last. Ja, ja. Edwook. Der ist da immer noch. Oh, Junge, deine Ruhe. Rotating Games now. Oh, ich bin gelaufen. Scheiße. Oh, nein. Das war die Chance. Das war sie. Ah, wobei. Ich glaube, er plantet. I think he's plantet. Na, nicht laufen. Der ist close. Links irgendwo. Der ist toll. Oh. Boah, schade. So, wir schauen uns jetzt mal die Map von hier oben an. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Map ist doch scheiße, oder? Ne? Genau, sehe ich aus. Hater. War schon echter Hater. Aber ein richtiger Outback-Hater bin ich. So, Spawnpeak. Aufpassen. Sagt er. Und bekommt einen... Spawnpeak. Nee, tatsächlich nicht. Sehr gut. Spawnpeak. Ja, dabei sein können. Ich muss jetzt mal von hinten weg. Hauen wir euch direkt. Oh, ne. Ach, Leute. Das ist jetzt schon mal ein sehr schwieriger Start. Um sehr viele Elevors. Ja. War mal jetzt, glaub ich, der letzte. Der hat nichts mehr. Hab ich auch nicht. Das war der nicht. Ich hab meine Chance vertan. War da noch einer. Du meinst tot? Der sound perfekt. Hab hier mein Assist. Oh. Bathroom Frost. Ah, die sitzt halt in der Dusche. Oh. Friendly last Operator standing. Ja, nicht mehr. Wirklich. Ich schmeiße gleich irgendwas kaputt. Alter, der Hate. Ace, watch out. Frost Trap. Under the window. Under the window. Nice. Na komm schon. Komm schon, Ace. Das ist der... Your time to shine. Was in a last scene. Die dürfte auch nicht mehr viel haben, glaub ich. Genau. Oh mein Gott. Ist ihm jetzt auch egal. Weil ist er drauf geschissen jetzt. Ich würde ja... Hätte ja noch hochgefahren. Ja, er hat Zeit. Er hat Zeit. Wie piekt er denn? Er kommt ja nicht durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann die Frosty nicht töten? Bitte. Wie schlecht hat er das gemacht? Sie sieht ihn. Sie sieht ihn. Sie sieht ihn. Sie sieht ihn immer noch. Wie tötet sie ihn denn nicht? Der hat, glaub ich, daneben geschossen. Aber ja. Ich dachte, das Ding ist rum. Ich dachte, Frost. Easy Ding hat sie. Boah, ist das verflucht. 4-4, Alter. Auf dieser Map. Guck mal, die reizen das Spiel auch bis zum Ende aus, damit ich diese Map schön lange hier spielen muss. Der steht 13-6, der erste von denen. Ey, ist das belastend. Können wir jetzt bitte... Please, let's go green. Können wir jetzt einmal green gehen? Das ist der Geist. Alles gut. Das ist der Klon. Bei dir ist ein Schild an der Tür. Ja, ja. Es ist der Blitz. Dead? Sehr stark von dir. Ich muss hier weg, aber... Ich weiß halt nicht wohin mit mir hier. Dieser Spot ist ein bisschen cursed. Bei uns am Fenster. Hier. Actually? Okay. 3 noch Kein Heartbreacher oder? Bones, irgendwann mit Granate Blackbeard, wir haben einen Ping Das könnte Blackbeard schon gewesen sein, but I'm not sure Ruhig, ruhig, ruhig Einer ist on me Wow, wirklich, ich bin's nicht Ich bin's nicht mehr Oh, Pink Oh, Pink ist der Blackbeard, am Schild Am Schild Am auch überhauern Musst halt weg Am Arudet Okay, nicht facen jetzt auf jeden Fall Okay, die pusht ihn, bleibt du safe, sie pusht ihn, sie pusht ihn Sehr gut Alter, war hier aber auch Stay Alive, hab ich da gespielt, ey Sehr, sehr stark Alter, was sind das für verschwitzte Runden hier Zweimal Outlook hintereinander, aber nehmen wir auf jeden Fall mit Leute, wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge Rainbow Six Gefallen hat Seht euch diese wunderbare Animation an Checkt gerne, fast ab Checkt gerne Koyas Kanal ab Erster Link in der Videobeschreibung Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Wir haben einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal Und auf rein, tschüss Tschüssi